Seilspringen. Wir nehmen den Gürtelgürtel. Er sollte ungefähr noch so lang sein, dass die Enden auf Brusthöhe sind. Es ist ja viel kürzer. Guckt mal, ob ihr einen von Geschwistern kriegt, ob ihr euch einen Laien kommt, ob ihr ein Seil findet, das geht zur Not auch. Wir springen vorwärts. Gürtel fängt hinten an. Und wir springen entweder mit Zwischensprung oder ohne. Und mit Zwischensprung ist immer einmal rum, hoch hüpfen, hoch hüpfen, hoch hüpfen. Oder wir springen ohne Zwischensprung. Versucht, dass die Beine immer gerade bleiben, dass ich aus den Fußgelenken springe. Und so wenig hoch wie möglich, das geht viel schneller und einfacher. Und so wenig hoch wie möglich. Und so wenig hoch wie möglich.